Ich bin ganz klar, nur auf dem Oberfluss der Buskel. Nee, weil ich hier ja jetzt bin ich nicht. Halt jetzt! Hotel aus Europa! Ja, ich guck mir, entweder mir fahren muss ich mal kurz zu sehen. Ja, weil, das liegt uns da. Nee, das liegt uns da. Eigentlich haben wir ja Fahrradwehr Eindrücke. Und das Zentrum ist mal einer da hinten. Noch. Die liegt zwischen Bergen. Die liegt komplett zwischen den Bergen. Die liegt eingefahren zwischen den Bergen, die Hauptschuld. Zwischen den Rechnerstatt rund um die Berge. Aber ein Engel war es ja ausgeleutert und das ist gut für die Tankstelle, ne?